Das ist die YouTube Audio Library. Was geht ab, mein Freund? Und damit willkommen im Adventure Trail. So steht's in meiner Mail. Was geht ab, meine Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Adventure Trail Abenteuer Parcours. Viel Spaß. Schon gefahren oder schon gemacht? Schon probiert. Geil, ne? Richtig geil. Die Attraktion wurde 2022 im Phantasialand im Themenbereich Deep in Afrika eröffnet. Somit ist die Black Mamba kein einsamer Wolf mehr. Denn das Laufabenteuer schlängelt sich durch die Black Mamba hindurch. Somit sind neue Perspektiven auf die Black Mamba definitiv gegeben. Der Eingang mag unscheinbar erscheinen, aber das täuscht wie ein Zauberer. Für diesen Moment bin ich Magier geworden. Denn innen drin erwarten euch 8 Minuten Indiana Jones Action. Aber für gewisse Abenteuer ist ein Jones nicht genug. Adventure Trail. Die Laufeinlagen sind weniger elektrisch, dafür umso mehr natürlich und afrikanisch. Ohohoho. Nice. Nicer Scheiß mit heißem Reis. Der Ausblick zur Black Mamba ist atemberaubend. Schon geil so zwischen der Black Mamba. Aber erst jetzt geht das wahre Abenteuer los. Erleben Sie das Abenteuer Ihres Lebens auf den Spuren der Jones. Der Wasserfallklettersteg ist definitiv krank und geil. Mega krank. Alter. Indiana Jones oder was? Wenn das Abenteuer einen Namen hat, so kann dieser nur lauten Indiana Jones. Viele Bereiche benötigen einen Hauch Akrobatik und sind nicht ungefährlich. Ey das ist mega gefährlich. Mega gefährlich. Oha, oha, oha. Zum Glück bin ich nicht abgerutscht. Nach dem extrem knackigen Wasserfallbereich habt ihr es fast geschafft. Das war krank. Denn am Ende folgt nur noch ein kleiner und mittelmäßiger Kletterpark. Da drin ist mir so langweilig, dass ich mich zum Affen mache. Okay, weiter geht's. Das Ganze wird durch eine kleine Rutsche abgerundet. Oh je. Hey, Bruder, pass auf. Dann geht's auch schon zum Ausgang. Ja, das war's. Ey, viel geiler als erwartet, definitiv. Fazit von Indiana Jones. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Toll, hat mir sehr gut gefallen. Für Fans von atemberaubenden Wanderschaften ist Adventureland definitiv ein Muss. Der begleitende Soundtrack ist ein Ohrwurm. Ein paar Kinderkrankheiten gibt es jedoch noch. Die stinken, die Säcke. Die stinken wie die Putzsäcke aus dem Fitnessstudio. Aber sonst habe ich nichts einzuwenden. Senioren sollten lieber auf die Taschen aufpassen und nicht reingehen. Denn nur ein wahrer Indiana Jones kommt da durch. Wir sind in einem Labyrinth auf der Suche des Heiligen Graals. Bei seiner Suche nach dem Heiligen Graal. Mein persönliches Endergebnis. Acht von zehn Hiking Trails. Wir wandern. Wir wandern. Das war's, meine Abenteuer und Wanderfreunde. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao.